In diesem Video stelle ich euch den Evo Bar in der Sorte Milky Crisp vor. Der Riegel sieht zwar ein bisschen unförmig aus, dafür überzeugt der vollmundige Vollmüllschokoladengeruch sofort. Unter der knusprig-crunchigen Schokoladenhülle befindet sich eine cremige Karamellschicht. Die helle Proteinmasse weist eine sehr weiche Textur auf. Das erste, was einem sofort auf den Geschmacksknospen herumtanzt, ist die süße Vollmüllschokolade, dicht gefolgt von einer noch süßeren Karamellnote. Da ist die milchig schmeckende Proteinmasse, welche nicht ganz so süß ist, ein sehr guter Kontrast. Durch die milchige Note in Kommen mit der süßen Vollmüllschokolade hat es mich sehr stark an Kinderschokolade erinnert. Obwohl ich bereits bei so manch einem Review gelesen habe, dass der Riegel sehr süß ist, muss ich sagen, dass ich ihn tatsächlich gar nicht mal so süß finde. Für mich ist diese Riegel rundum gelungen.